Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Zombie 2 von Pyrotrade dran. Es ist eine wirklich sehr schöne kleine Batterie. Sie hat 68 Gramm NEM, wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen schnell mal nach. 63 Gramm, entschuldigt bitte, da steht es. Ist eine kleine Süße, also eher ein kleiner Süßer. Preislich waren sie unter 5 Euro, deswegen kommt die auch in die Kategorie unter 5 Euro Batterie. Gekauft wurde sie übrigens bei Röder Feuerwerk, wenn ihr mal bei Röder vorbeischauen möchtet. Der Link ist unten in meiner Beschreibung, beziehungsweise unter dem Video. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns keine Zeit verlieren und wir gehen raus zur Zündung der Zombie 2 von Pyrotrade. Gucken wir mal, ob die umkippt, die hat keinen Standfuß. Ja, für so eine kleine doch ein Riesen-Bouquet, muss ich mal sagen. Daumen hoch dafür. Gucken wir mal, ob die Kategorie unter 5 Euro ist.